Hi, ich bin der Martl und ich darf euch begrüßen zu einem neuen Review hier auf Painread Music und heute geht es um Palmen aus Plastik 3, dem überraschend erschienenen dritten Teil von Bones MC und Rav Camoras wirklich epischer Triologie, Palmen aus Plastik. 2016 war es, da wurde die deutschsprachige Hippopelt so richtig, richtig durchgebeutelt, würde ich mal behaupten. Palmen aus Plastik 1 erschien, das war wirklich was vollkommen Neues, das hat es so noch nie gegeben, weil plötzlich haben zwei Rapper, die eigentlich wirklich nur Gangster Rap gemacht haben und eigentlich immer noch Gangster Rap machen, aber vollkommen neue Wege gefunden, diesen auch auszudrücken, weil es ist vielmehr um Dancehall gegangen, um Afrobeats, inspiriert von französischen Künstlern haben sie da wirklich die deutschsprachige Szene so richtig hops genommen und das ist richtig, richtig abgegangen, der Sound war extrem fresh, die Texte waren natürlich damals schon etwas verwerflich, weil natürlich sehr sexistisch, sehr, ja ja, wie wir alle wissen, kennen und so weiter und so fort, relativ wenig Aussage dahinter, aber trotzdem hat man sich diesem Sound nicht entziehen können, man ist in einen Bann hineingezogen worden, das war einfach ziemlich cool zum Ballern, das war so Musik, die man einfach locker ballern hat können, die einfach irgendwie, ja, eine gewisse Freshness gehabt hat, etwas Neues reingebracht hat, die es so noch nicht gegeben hat in deutschsprachigen Raum. Dieses Album war damals so richtig, richtig erfolgreich, ist natürlich sofort auf Platz 1 geschossen, war insgesamt 112 Wochen in den Top 100 der deutschen Charts, hat eine diamantene Schallplatte bekommen, ist von den Kritikern auch gelobt worden, eben wegen seiner wirklichen, ja wie sagt man denn, wegen seiner wirklich neuen Herangehensweise Hip-Hop eben auch präsentieren zu können. Das war richtig toll, das war richtig classic, das war einfach neu und hat auch Rav Camorra dann endlich, muss man auch schon fast sagen, nach sehr vielen Jahren des Undergrounds eigentlich so richtig in die Mainstream-Schiene ganz nach oben gebracht, also richtig nach oben geklettert und war da richtig an der Spitze des Deutschraps dann. Nur wenige Jahre später, nämlich zwei Jahre später, kam dann schon der Nachfolger, nämlich Palmen aus Plastik 2 und das war nicht mehr ganz so fresh, weil eigentlich haben sie nur die ganzen Sachen, die sie bei Palmen aus Plastik 1 gemacht haben, recycelt, ein bisschen neue Sachen draufgeklatscht, aber da war schon relativ wenig dabei, dass man sich gedacht hat, na warum soll ich mir das eigentlich anhören, weil der erste Teil ist eigentlich schon noch besser gewesen. Für die beiden Künstler war es natürlich eine großartige Sache, weil es hat wieder extrem viel Geld in die Kassen gespült, das ist natürlich super und sie konnten natürlich dann auch beide solotechnisch sehr große Erfolge feiern, wirklich ganz große Erfolge. Ein dritter Teil dieser Serie schien dann eigentlich relativ unwahrscheinlich, nachdem ja Rav Kamorra zwischenzeitlich seinen Rücktritt mal angekündigt hat. Wie wir alle wissen, ist dieser Rücktritt nur von kurzer Dauer gewesen, er ist dann wieder vom Rücktritt zurückgetreten, hat dann zwei Alben rausgebracht, Zukunft, Zukunft Part 2, haben wir beide rezensiert hier. War ich kein großer Fan davon und ich muss auch ganz klar sagen, ich bin auch kein großer Fan von diesem Album jetzt, aber dazu eben später mehr. Eben durch den Rücktritt vom Rücktritt ist dann trotzdem jetzt dieser dritte Teil von der Palmen aus Plastik Reihe erschienen. Überraschend, wie man sagt, weil eigentlich hat man schon damit rechnen können, dass sie sich dann doch nicht das nehmen lassen, diese Cash Cow nochmal zu melken. Man hat aber darauf verzichtet, eine großartige Album-Ankündigung zu machen, sondern vielmehr einfach das ganze Ding jetzt gedroppt. Das hat natürlich ein paar Singles im Vorfeld gegeben, aber ja, jetzt nicht so wirklich was, dass man gesagt hat, an diesem Freitag kommt das Album raus. Ist ja auch egal. Jedenfalls kann man sagen, Palmen aus Plastik fällt vor allem durch ein Merkmal auf und das ist diese massive Lieblosigkeit, die es hier wieder mal gibt und das ist ja was, was ich schon des Öfteren, sagen wir mal, kritisiert habe bei Bones MC als auch bei Raph Camorra. Da geht es eigentlich wirklich nur noch darum, wirklich viele Scheine in die Tasche zu stecken und nicht mehr um das, was man eigentlich so rappt und was man hier sagen möchte. Diese 14 Tracks sind ja wirklich perfekt, perfekt abgestimmt auf den Spotify-Algorithmus. Darf nicht länger dauern als zweieinhalb Minuten, nur ganz selten geht es drüber. 14 Tracks, 36 Minuten, also da weiß man eigentlich eh schon alles. Sie klingen absolut austauschbar. Sie unterscheiden sich eigentlich nur in ganz kleinen Nuancen voneinander und sie fallen eben auch mit dumpfen Texten und teilweise auch ziemlich verwerflichen, interessanten Reimmustern auf. Interessant im Sinne von, naja, sehr Haus-raus-Reimen. Das war, ja, hat mich etwas irritiert, immer noch. Nicht einmal dieses obligatorische Feature mit Trettmann und mit Kitschkrieg hat es auf das Album geschafft. Da sind eigentlich nur noch die Crates für die ganzen Beasts zuständig. Natürlich ist Raph Camorra immer noch ein Executive Producer, das muss natürlich auch dabei sein. Ist ja auch super, ist ein guter Produzent. Aber was die Beat-Auswahl anbetrifft, die Crates scheinen mittlerweile wirklich nur noch einen einzigen Synthie zu haben, ein einziges Drumkit zu haben und das war's. Alles klingt extrem ähnlich. Natürlich, das hat man auch schon beim zweiten Teil gesehen. Und wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, sich dieses Album anzuhören und eigentlich auch den zweiten Teil, wenn eben der erste Teil schon immer noch so gut ist und eigentlich nichts anderes passiert auf den anderen beiden Teilen, wie die stumpfe Kopie des ersten Teils, nur mit weniger Liebe zum Detail und mit weniger Hingabe zu eben gewissen Details. Das gibt es hier einfach leider nicht. Die Frage ist jetzt aber natürlich, kann man wirklich keinen einzigen Track vollkommen feiern auf diesem Album? Das würde ich jetzt auch nicht behaupten. Es gibt schon den ein oder anderen Track, den man durchaus ballern kann, und vor allem zu Beginn dieses Albums gibt es schon sowas, wo man doch als Führerschein Neuling wahrscheinlich gewisse Dinge sehr laut auftreten kann. Zum Beispiel Diamant, da wird ordentlich geflext. Auf Camoras Part ist er auch durchaus ansprechend, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, wenn auch nicht wirklich innovativ, was er textlich sagt. Bones MC lässt diese Karriere ein wenig Revue passieren, was so passiert ist. Das passt schon, das kann man hören, eben weil es am Anfang der Platte ist, weil man da vielleicht noch ein wenig zurückerinnert wird an diese Palmen aus Plastik-Nostalgie, die man so gehabt hat von früher. Das bekommt man wahrscheinlich am ehesten noch bei dem Track letztes Mal. Da gibt es wirklich, wirklich was, so ein wenig was wie Nostalgie. Das ist auch eben perfekt für Leute, die dann in der Club-Extase sich vollkommen verlieren wollen. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn dieses ganzen Tracks gewesen. Das passt. Sommer wird dann deutlich ruhiger, könnte von Pub-Veteranen dann durchaus aber auch als langweilig betitelt werden, hat aber immerhin noch ein paar wärmende Vibes so parat, weil Sommer und sommerliche Gefühle und so weiter. Also das habe ich noch ein wenig nachvollziehen können. Dann war es das aber schon wieder mit allem, was irgendwie innovativ unter Anführungszeichen geklungen hat. Ab jetzt wird es wirklich extrem austauschbar. Ab jetzt ist wirklich alles komplett gleich aufgebaut. Und die ganzen Tracks unterscheiden sich nur wirklich sehr marginal voneinander. Teilweise entwickeln sich wirklich Sample-Massaker, wie zum Beispiel auf Taxi, dem Track mit Jesus. Jesus klingt übrigens so wie immer. Also da bekommt man, was man glaubt, ein Beat, wo ein Sample von XLF hergenommen wird. Und das ist wirklich sehr uncool gemacht, weil da werden dann eben diese, ja sagen wir mal, sehr typischen Dancehall und Afrobeats draufgeklatscht und draufgehauen und irgendwie alles wird nur noch so richtig verschandelt. Hat mir überhaupt nicht zugesagt, leider. Wer hat Angst, gönnt sich dann gar Carl Orfs, Carmina Burana und O'Fortuna. O'Fortuna bildet wirklich diesen Grundstein für diesen unglaublichen Beat. Ja, auch ein wenig befremdlich. Vor allem, wenn ein Bounty Killer daherkommt, der ja wie schon viele andere Künstler auf den vorherigen Alben diese Dancehall und Reggae-Vibes und Stimmung da verbreiten soll. Aber das fühlt sich irgendwie extrem fehl am Platz an. Kommt irgendwie gar nicht bei mir an. September startet dann in gewohnter Manier, fällt dann aber sehr schnell ab und da kann man eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Alles umsonst reiht sich in diese selbe Kategorie ein. Man rappt einfach auf irgendwelche Dancehall-Beats, aber man sagt eigentlich überhaupt nichts mehr. Es ist vollkommen egal, was da gesagt wird. Hauptsache es passt und es geht sich irgendwie aus. Und so zieht sich das dann wirklich bis zum Ende durch. Das ist ja relativ fein, weil dieses Ende kommt relativ schnell durch. Durch diese Spotify wirklich perfekt getimten Single-Längen, die es hier auf diesem Album gibt. Butterfly, Zu spät und Destination sind vielleicht noch drei Tracks, die ein wenig, ganz marginal und ganz ein klein wenig sich abheben von allem anderen, was man so zu hören bekommt. Liegt eben auch an den Beats, liegt auch ein wenig an der Intonation, wie der Vortrag so gemacht wird. Aber natürlich auch an den wirklich anderen, sehr unterirdischen Tracks, die man sonst noch bekommt. Und unter anderem auch unterwegs, da begegnet uns eben dieser, von mir schon angesprochene Raus-Haus-Reim. Und den möchte ich einfach nicht hören. Das will ich nicht hören, nicht von Bones MC, nicht von Raph Camorra. Da müsst ihr eigentlich mehr gehen. Das ist wirklich in ihrer nicht würdig. Aber vielleicht ist die Zeit dieses Pub-Sounds einfach schon abgelaufen. Das kann sein. Es sind schon sechs Jahre vergangen, seit das das erste Album rausgekommen ist. Diese Musik ist nicht mehr ganz so neu, nicht mehr ganz so fresh. Und natürlich ist auch das große Problem, dass Bones MC und Raph Camorra jegliche Hingabe einfach vermissen lassen. Da ist nicht mehr dieser Hunger da, den man ganz am Anfang bekommen hat. Da ist jetzt wirklich nur noch das reine, also man hat immer so das Gefühl, sie machen das nur, damit sie nochmal Fettasche machen, Fettkohle machen, aber nichts mehr sonst. Und das ist ziemlich bitter. Dieses Album fühlt sich so an wie Matrix Revolution zu Matrix. Also der dritte Teil, der einfach nur vollkommen abstinkt. Gegen den ersten, den niemand sehen muss. Es gibt keinen roten Faden hier. Da werden einfach Singles aneinander geklatscht, ohne jeglichen Zusammenhang. Hat eigentlich absolut keine Ahnung. Es ist ein kurzes Album. Fans der ersten Stunde werden definitiv beim ersten Teil bleiben. Fans, die es noch nicht gekannt haben, soll es ja auch geben. Vielleicht noch jüngere Zuseherinnen und Zuseher, Hörerinnen und Hörer, die können wahrscheinlich schon mit dem ein oder anderen Track was anfangen, aber Veteranen eben werden nicht wirklich sehr zufrieden sein mit diesem Album. Ich bin es auch nicht. Ich kann ihm nur 2,6 von 10 Punkten geben. Das war einfach nicht so fresh. Ja, das war die Review zu PAP3. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bitte abonnierst den Kanal, likest das Video, kommentiert das Video und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder bei einer neuen Review hier auf Bandread Music. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und ciao.